Und das sind wir wieder. Leute ehrlich ich war nach der langen Pause, nur unterbrochen von zwei kleinen TikToks wo er sich über der Anwaltsfutszi und Unge aufgeregt hat, welche ihrerseits über Rainers angeblichen Netflix-Vertrag gelacht hatten, fast dazu bereits das Game ganz offiziell für beendet zu erklären, so wie sich Reichsbürger Opas zum Kaiser von Großdeutschland erklären. Ansonsten heißt es doch im Westen oder von mir aus betrachtet im Süden nichts Neues. Der Tag des ersten Streams des Jahres begann mit einer Sichtung von Rainer, wer in Begleitung eines Types Sozialarbeiter zum Landratsamt gewankt ist. Durch seinen Hut fast nicht zu erkennen, aber dank des grauen Allwetterpolis gelangt an die eindeutige Identifikation und an den fünf Ärschen in der Jogginghose. Dabei zeichnet sich eindeutiges Muster ab. Jedes Mal ob nun Landratsamt oder Polizei an Emskirchen ihm nicht das gegeben haben, was er will, schmeißt bei den Stream an, um seinen Ärger Luft zu machen. Der letzte Stream davor war doch der, wo er sich aufgeregt hat, dass die Polizei ihm nicht mal eben so ein schönes Hotel raussucht, ihn dahin fährt und am besten auch noch dafür zahlt. Leider fehlen im neuesten Live-Vertrag die ersten paar Minuten, aber wir steigen trotzdem in ein schönes Thema ein. Der Podcast-Mensch hat doch den Chef von YouTube Deutschland an die Strippe bekommen für ein kurzes Interview. Dieser sagte eindeutig, Rainer hat eine Bannumgehung begangen und das ist halt richtig böse gegen die Nutzungsbedingungen und damit Basta und Weg. Was das im Hintergrund gelaufen ist, gerade wegen dem Verdacht der Gewaltpornografie und der Hausdurchsuchung kann nur spekuliert werden, aber der Vorgang selbst war absolut in Ordnung. Rainer sieht es anders. Erstens behauptet er, dass es ein Fick ist. Klarer Selbstschutz, er will nicht wahrhaben, dass die Zeit der einfachen Baren über YouTube endgültig vorbei ist. Denn sind wir ehrlich, um im Netz wirklich die großen Reichtümer einzufahren, brauchst man entweder Twitch oder YouTube. Das ganze Kleinvier wie Trovo, Junau, Odyssee und so weiter juckt doch nur ein Nischenpublikum. Rainer aber rattert weiter, warum das nicht so sein kann, er doch schon öfters dasselbe gemacht hat und nie ist was passiert und dass die meisten Strikes doch eh gelöscht werden. Egal diesmal nicht. Das kommt halt davon, wenn man sich über Jahre dran gewöhnt hat, dass Regen für einen selbst nicht gelten und das Winkler Glück einen beschützt. Kaum wird er mal wie jeder andere auch behandelt, ist er sauer. Das ist ja das eigentlich Schöne, er wurde nicht wegen irgendeiner 4D-Hattro-Aktion gesperrt, sondern es ist ganz allein seine Schuld. Wenn du einen Strike hast, Gegendarstellung schreiben, wenn das nicht klappt, die Zeit absitzen und gut. Am besten natürlich gar keinen Inhalt hochladen, den man melden kann, gerade eben wenn man weiß, dass da draußen hunderte Leute auf jeden deiner Fehler nur warten. Doch der Verlust des Kanals führt nämlich sofort zur Obdachlosigkeit, wie er uns mit Rucksack und Umhängetasche für seinen Laptop beweisen will. Ganz schwaches Schauspiel. Sie gehen in Großstädten, doch die Hipster wegen einen Sojakafee trinken. Zur Kirchweih hast du das Kostüm doch wenigstens mit einer Eisermatte auf dem Rucksack etwas glaubhafter dargestellt. Aber er schimpft einfach weiter, wo die Fehler bei YouTube liegen. Dass er doch gegen Mobbing kämpft, die ganze Palette seiner Standard-Lügen halt. Alles egal, es geht hier nur um dich und das, was du gemacht hast. Aber schön, wie er nochmal ausführt, wie es ihn doch überhaupt nicht gestört hat, dass er da gebannt wurde. Und wie egal dieser kleine Sieg für die hart er doch sei, mache er woanders weiter. Juckt ihn doch nicht bla bla lüg. Aber hier bittet er doch darum, dass seine Zuschauer auf der Tonik diesen Ausschnitt zu speichern und dem Chef von YouTube zu kommen zu lassen. Ach Rainer, wie lange bist du schon dabei? Das Internet ist weder dein Freund noch deine Armee. Und selbst wenn sich ein Teni dazu berufen fühlt, was passiert dann? Richtig Spam-Ordner und fertig. Die bekommen am Tag tausende Mails, mit dem Inhalt warum ist mein Kanal weg, warum werde ich dämoniarisiert und was weiß ich für einen Kindergarten. Das sieht der nicht mal, weil es schon vorher an der Poststelle entsorgt wurde. Aber er jammert weiter wie die AGBs doch dafür der Sinn, die User zu schützen. Selten so gelacht. Die Bedingungen sind deshalb da, um die Werbepartner in Sicherheit zu wiegen, dass ihr Spot nicht vor Videos läuft, wo Katzen gequält werden. Menschen sexuelle Absonderlichkeiten jeglicher Art zeigen oder ähnliches. YouTube kackt sich nur vor den Werbekunden ein. Wer auf ihrer Plattform Inhalte erstellt, ist denen am Ende Wumpe. Und da geht's auch gleich zum nächsten Hirnfotz. Seine Marke Drachenlord ist doch seit 10 Jahren bekannt. Nein, das Phänomen Harder und Drachenlord ist bekannt. Frag doch mal irgendwen, was Rainer in dem letzten Video auf YouTube besprochen hat. Nenn mir 5 Songs der Marke Drachenlord. Was ist sein aktuellstes Let's Play Projekt? Kann die keiner beantworten. Das wirklich Einzige, was die Reichweite gebracht hat, waren die harte und wenn man es ganz genau nimmt, eigentlich nur die Besucher und die daraus entstanden Konfrontation am Zauntor. Nicht mal der Leifels hätte damals die erste Doku über ihn gemacht, wenn es doch nur bei Kommentaren oder Trollvideos geblieben wäre. Nur dieses Internet-Wirt-Realding hat dafür gesorgt, dass heute noch wer über dich spricht. Aber nach zwei Sätzen zu der großen Marke kommt wieder die Story von kleinen Sonderschüler, der nur aus Spaß an der Freude etwas im Internet machen wollte, nie Fans haben wollte, nie reich werden wollte. Schon im Satz darauf geht's darum, dass er doch damit Geld machen wollte. Und das ist rückblickend der Moment, wo sein Leben gekippt ist. Nicht der Tod des Vater, nicht die Kündigung beim Plastijacob, die erste Überweisung von YouTube, das hat ihm endgültig das Leben versaut. Man sieht es ja auch ganz gut an dem ewigen jugendlichen Imp. Wenn du einmal vom süßen süßen Gift des Internetgeldes gekostet hast, bist du am Haken wie bei Heroin. Du wirst süchtig davon und hoffst, dass es immer und immer mehr wird. Sein nächstes Kapitel im Vortrag beschäftigt sich nun mit dem Thema Ahnenkunde. Er will und weiß machen, dass er in der Gemeinde, die von der Familie Wenkler oder Rümler nach seiner Mutter, maßgeblich mit aufgebaut wurde, gar nicht mehr gern gesehen ist. Gut, den letzten Teil glaube ich, aber davor das ist natürlich albern. Seine Mutter war Tekkenhilfe und sein Vater war Nebenerwerbslandwirt im weitesten Sinne. Das sind nicht die Familien, auf die eine Gemeinde aufbaut. Ich komme aus einem kleinen Dorf und da gibt es wirklich Familien, die da schon seit Jahrhunderten was zu melden haben. Sie sieht aber auch deren Hof oder Unternehmen aus. Und wie sein Grundstück auch vor den Hartern aussah, wissen wir doch. Ein paar Nebengebäude, dahinter Neewiese für ein Pferd. Lächerlich. Melde dich wieder, wenn du hunderte Hektar und eine Pferdestal für reiche Kinder aus der Stadt hast und dazu drei Genre in der Maschinenhalle. Und selbst wenn es so wäre, aus welchem Grund sind denn die Leistungen von Europa Rümler mit irgendwas mit dir in Verbindung zu bringen. Wenn es danach ginge, müsste mir in Polen ein ganzes Dorf die Füße küssen. Weil meine Vorfahren da doch die von uns zu waren. Wie er so schön in Stream aller paar Sekunden sagt, juckt heute keine Sau. Aber dass seine Wurzeln und Familie schon immer in Emskirchen waren, ist dann wieder glaubhaft. Stammbaum ist ein Kreis und wer davon ausschert, wird nachts an der Gemeinde Grinze mit 10 Gulden ausgesetzt oder so. Nun kommt er wieder in der Gegenwart an und beschreibt, warum die Gemeinde ihn doch selbst ohne Bezug zur Vergangenheit vergöttern müsste. Er hätte doch Umsatz in der lokalen Wirtschaft generiert. Auch davon hat er früher mal erzählt und indirekt gefordert, dass er wenn Harter bei Genovas Essen oder Emrewe einkaufen, ihm etwas vom Gewinn abgeben. Wieder mal seine übliche Dualität. Wenn die Besucher Sachen kaputt gemacht haben oder die Nachbarn geärgert haben, war er doch der lauteste von allen, die dagegen geschrien haben. Sobald es aber auch das kleinste Vorteil aus der Situation entsteht, will er das natürlich angerechnet bekommen, am liebsten in klingender Münze. Ja, die Besucher haben da sich für ihr Taschengeld, Bier, Monster und was zu knabbern gekauft. Aber wenn du wirklich wissen willst, was Umsatz bringt, stell 20 Einfamilienhäuser auf die Wiese zwischen Neu- und Altschauerbeck und die Familien da drin werden doch jede Woche ordentlich Geld im Rewe lassen. Aber mein Gedanke dabei ist, will er wirklich es so darstellen, dass die Gemeinde ihn zurückholen soll, nur um diesen Tourismuseffekt wiederzubekommen. Ernsthaft? Er will also am liebsten so weitermachen wie all die Jahre zuvor? Haben ihn die Besucher also doch nie gestört, wenn er nur damit die heimische Wirtschaft gestärkt hat? Der 3. Gang ist der fetteste Stück Fleisch, was wir heute zu bieten haben. Er spricht davon, dass er pleite ist und keinen Knopf mehr in der Tasche hat. Und das ist auch der Punkt, warum ich mit meinem dummen Kommentar immer noch etwas warte, bis ich ihn rausrotze. Weil so oft werden die nächsten Tage seine Lüge so sofort als solche aufdecken. Laut seiner eigenen Auskunft hat er noch Geld für eine Nacht, dann wäre Schluss. Ich stelle mir in diesem Moment vor, dass er einen gutmütigen Heerbecksvater fragt, ob er nicht für das bisschen Hartgeld in der Geldkatze das bescheidenste Dezimmer für nur eine Nacht haben könnte. Die Realität ist so absurd, dass man es sich wirklich nicht mehr ausdenken kann. Seine letzte Nacht ist ein beschissenes Kurhotel für 100 Glocken die Nacht inklusive Frühstück. Und danach, richtig am Samstag erst mal mit dem Taxi sich zum Beck kaufieren lassen und dort bis in die späten Abendstunden sich einmal durch die Auslage fressen. Wem jetzt der Zorn ins Gesicht steigt? Zurecht, liebe Freunde, zurecht. Ich hasse es, wie er das Schicksal echter Armer, Bedürftiger oder Obdachlosen für sich vereinnahmt, während er in einem kuschelweichen Bett liegt. Neben ihm sein Elektroschrott im Lahn des Hotels angemeldet, liegt und im Riesenfernseher irgendwelche Anime laufen. Bin mir auch ziemlich sicher, wenn er dann gegen nachts nochmal Hunger hat, wird ihm der Zimmerservice noch was bringen, während er grinsend auf der Matratze liegt, den Bademantel mit Hotelstickerei halb geöffnet und es sich einfach gut gehen lässt. Ein widerwärtiger Lügner ist er, sonst gar nichts. Wenn er wirklich pleite wäre, würde er doch auf TikTok um sein Leben streamen. Würde beim Jobcenter jeden Tag vor der Tür sitzen, um dort eine Art Notsicherung oder akuter Bedarf bekommen. Wäre er schon längst in einer Obdachlosenunterkunft wie Familie Ritter untergebracht, der hat noch Geld die schiere Menge. Ja sicherlich es wird das ohne ständige Einnahmen weniger darum auch der Versuch als Begleiter jeglicher Art für gewisse Stunden so pretty woman mäßig etwas zu bekommen, wobei man da doch eher davon ausgehen muss, dass es nur ein erneuter Versuch ist, irgendwie an menschliche Kontakte auf körperliche Ebene zu kommen. Und wenn du denkst die Wutlatte kann nicht mehr größer werden fällt ein einziger Satz, warum gilt Recht für alle aber nur bei mir wird es durchgesetzt. Das Wort Winkler Glück kann man an dieser Stelle nicht laut genug dem Bildschirm entgegenschreien. Ernsthaft wer hat denn fast ein Jahrzehnt, jedes Gesetz gedenkt wie die Körperöffnungen von Piper Perry, Krankenkasse, Justiz, BLM, Finanzamt um nur einige zu nennen, ist er doch überall mit reinem Ignorieren durchgekommen ohne dass ihm auch nur irgendein Nachteil zuteil wurde. Ganz im Gegenteil sogar. Die ganze Gemeinde da unten und die Staatsmacht oben darauf hat doch wirklich jeden Rahmen ausgenutzt, nur dass er wieder in Ruhe Seidzeug machen kann. Nun wurde er seitens der Führerscheinstelle und von YouTube das erste Mal genauso behandelt wieder jede andere Dödel unserer verblödeten Republik und schon fängt er das große Geheule an. Aber da ist er der Narzisst in ein Stufe. Alle anderen sollen doch bitte für jede Kleinigkeit wie auf der Straße stehen oder durch den Ort fahren sofort in den Bau, Klappenweg und eine Million Euro Strafe inklusive lebenslanges Berufsverbot bekommen und er dreht durch nur weil er Auflagen ignoriert hat oder zum tausendsten Mal die YouTube-AGBs verletzt hat. Dich hat doch er immer jede in Ruhe gelassen. Und wenn mal doch eine Härte gebohrt hat, haben die sich doch am Ende immer damit zufrieden gegeben, dass der Bub doch a wenng dumm sei und man ihm deshalb mit Samthandschuhen anfassen müsse. Dummheit schützt halt doch vor Strafe. Als er den Punkt sich dann auch von der Seele gelabert hat, springt die Nadel auf der Schallplatte ein paar Mal hin und her über die Besucher. Seine bescheiden Herkunft wie er doch nur versucht hat mehr aus seiner Existenz zu machen, kennen wir alles. Als er sich gesammelt hat, werden wir Zeuge davon was passiert wenn Rainer in Rainers Gedankenwelt alleine gelassen wird. Denkt ihr er reflektiert in Ruhe seine Situation und wie er an den Punkt gekommen ist, wo er nun steht oder besser gesagt vorm Heimatmuseum sitzt? Gut dass er sitzt hat die Qualität der Aufnahme stark verbessert, weil nun pro Minute weniger Schnaufe und Huster kommen und sein Körper wieder mehr Luft zum Sprechen übrig hat statt den Vierteltonner zu bewegen. Aber was denkt sich sein Hirn denn nun so aus? Eine wildfremde Frau, ja es muss eine Frau sein, die ihn erkennt ihr wisst warum, gibt ihm Geld wie viel genau wusste er schon nicht mehr, oder er kann er nicht glaubhaft rendern wie hoch die Summe nun ist. Wäre es ein Fünfer gewesen klingt das nach Straßenbettler mit Pappbecher vor den Füßen, wäre es ein Honig gewesen, hätte er es selbst nicht geglaubt. Rainer hat sich mit Rainer also auf 30 bis 40 Euro geeinigt. Das klingt doch glaubhafter oder nicht? Nein, wir müssen uns dazu mal in das Gehirn des Nomi begeben. Der hört heute die Geschichte des Drachenlord ganz ganz schlimm sowas, morgen dann eine Überschwemmung in Pakistan ganz ganz schlimm, übermorgen dann Hunger in Afrika oder Krieg in der Ukraine auch ganz ganz schlimm. Versteht ihr meinen Punkt? Unsere medielle Welt ist doch ständig im Krisenmodus und jeden Tag gibt es eine neue Katastrophe. Für den Normalo der den Spiegel abends auf dem Sofa liest ist doch die Geschichte des Lords der den Drachen dient nur eine Geschichte von vielen. Kein normaler Mensch läuft durch die Fußgängerzone sieht den Dicken und denkt ach das ist ja der gemobbte Rainer dem gebe ich jetzt mal Geld. Rainer überschätzt wie wir manchmal auch die Reichweite des Games auf nicht teiler. Braucht ihr noch einen Beweis? Im Laufe des Streams fahren zwei Leute mit Führterkennzeichen oder so vorbei und haben angeblich ihr Smartphone in der Hand. Rainer denkt sofort die müssen ihn doch filmen und wieder ins Internet stellen. Doch haben wir alle davon nichts gesehen im Internet oder auf Telegram? Sind wir ehrlich jeder von uns hat doch mal das Handy während der Fahrt in der Hand oder es war sogar nur der Beifahrer. Und es gibt tausend Gründe da darauf zu schauen. Ein mobile Game will bedient werden, die Olle hat geschrieben, aufs Diensthandy schauen, Aktienkurse checken, irgendwer hat angerufen und man will nur mal schnell nachgucken. Nein in reines Welt sind alle Leute mit jeder Sekunde ihres Daseins beim Thema Drachenspiel und was ist da schon wieder Neues? Das passiert alles nur in seinem Kopf. Er ist nicht wichtig, gerade in unserer wilden Zeit wo doch jeden Tag eine neue Situation unseren Alltag verschlimmern kann. Aber sein eigener Film im Kopf hat dann auch noch eine Action-Szene zu bieten. In der Rangerstaffel hat er mal einen Mercedes im Wald abgehängt. Der dumme studierte Abiturient hat sich in seiner teuren Limousine mit dem Stern im Wald festgefahren, während der hellste Arbeiterklasse mit seinem Monster durch einen halben Meter tiefe Pfützen gebraust ist. Die Kippe cool am Mundwinkel. Die Anlage spielt Kampfmusik von Sabaton und neben ihm sitzt die Gewinnerin von Germany Next Topmodel. Selbst reden nackt. Nie passiert. Und die Wahrheit ist doch viel billiger. Auf einer feuchten Wiese sich mit Allrad an einem kleinen Hang festgefahren und sich gerade so wieder frei gewühlt. Aber so sind seine Gedanken halt. Statt sich klar zu machen, was ist in letzter Zeit passiert, verstehe ich generell, werden sich lieber Storys ausgedacht, wo er der Held des Geschehens ist und alle anderen scheitern peinlichst. Als Nachtisch präsentiert er sich als der harte Arbeiter, der an seine körperlichen und mentalen Grenzen gegangen ist. Er hätte doch jeden Tag eine halbe Stunde aufgenommen für seine Videos oder naja zumindest fast jeden Tag gestreamt. Er hat nicht gebettelt, sondern hart für sein Geld gearbeitet. Klar anders als ihr Doof heißt da draußen, aber er hat was geleistet. Gleich Platz mir die Ader am Sack. Du hast in deinen Streams geschlafen, nebenbei Anime geschaut oder bist mal für fast den ganzen Stream ins Bad gegangen, um dich zu rasieren oder in der Küche sich was zu essen zu machen. Dann zurückkommen, den Geldertrag überprüfen, noch Verabschiedung und Klick. Und am YouTube-Zahltag blieb die Kamera doch sowieso aus. Nur mal als Vergleich, was andere Leute wirklich für eine Show bieten. Denn wenn sie abends zur besten Sendezeit die Leute unterhalten wollen, schaut da mal Ungar oder Montana Black. Und du hast dir einfach nach dem Aufstehen die Maus gepackt angeklickt, let's go und pünktlichst nach genau einer Stunde sofort wieder Schluss. Und deine Videos? Wann TK ohne Skript in die Kamera gelabert, rüberziehen, hochladen genug gearbeitet. Bei dir war doch die Arbeitszeit leicht zu setzen mit der Videolänge und keine Sekunde mehr. Wenn du doch mal ein Video mit Inhalten hattest, haben das doch andere für dich herausgesucht und sobald die von dir vergault wurden, zack zurück zu den Labervideos und Wann TK. Von Gaming fang ich erst gar nicht an. Du hast das aufgenommen, was du er den ganzen Tag gespielt hättest. Ohne Kommentar, ohne Ziel, ohne sich dabei Mühe zu geben. Die Spitze war, als du deine täglichen Aufgaben im Zwergen-Weltraumspiel erfüllt hast. Du hast jeglicher Aufwand, der zu einem Content-Steller dazugehört, hast du dir doch nach und nach abgeschafft. Aber wir die Zuschauer wären doch seine Arbeitgeber. Erinnert sich noch irgendwer an die Musikwünsche? Wenkler hat jedem Abonnenten der Zeit auf YouNow doch versprochen, dass er sich pro Stream ein Lied wünschen darf, was der Güterlot dann abspülen würde. Wie lange ging das nochmal, bis er darauf auch keinen Bock hatte und am Ende sogar grandig wurde, wenn es auch nur einer gewagt hat, zu fragen, ob ihm heute die Erfüllung des zugesicherten Musikwunsches genehm wäre. Eben. Oder wenn Leute gefragt haben, ob man denn wirklich schon wieder Zilda den Atmen der Wildnis von vorne anfangen muss. Deine Arbeitgeber waren dir immer schon rotzegal. Das Pack hat die Fresse zu halten und zu zahlen. Am liebsten ruhig mal die teuren Ränge auf YouTube. Klar, auch hier konnte man sich drauf verlassen, dass keiner der versprochenen Inhalte kam, aber man hat ja mehr für seine Fauligkeit abgedrückt. Ist doch auch ein Wert an sich. Ein vorbeifahrendes Auto bringt uns das zum leckeren Bonbon zum Nachhausegehen. Er bestätigt erstmal, was man schon wusste. Nämlich, dass er dem Buh machen sollte, weil er zu oft wegen Körperverletzung angezeigt wurde. Er konnte diese ja nicht machen, weil er da unterwegs war. Lassen wir's so stehen. Zwei Sätze weiter sagte dann aber, dass er sich das Auto gekauft hat, um darin zu pennen, und dass er zur Not jemand bezahlt hätte, der ihm das Auto verfährt. Er gibt es offen zu, weil er in Dampfblau der Laune ist, dass er schon beim Kauf wusste, dass sein Führerschein in Gefahr ist oder ihm schon so halb aus der Tasche gezogen wurde. Auch hier wieder seine Art. Regeln gelten für alle, aber für mich doch nicht. Und so ein Empur, ohne dass man nachweisen muss, dass man keinen Alkohol oder Drogen mehr konsumiert, dauert genau einen Tag bei der DK im Büro. Erstmal hören, sehen und Blutdruck. Dann noch was vom roten Lebenssaft in ein Röhrchen. 2. Punkt des Tages ist es ein Computerspiel zu spielen, wo Reaktion, Gedächtnis und ähnliches überprüft wird und zum Feierabend noch das Gespräch beim Kopfdruckter, wo man selbigen erzählt, dass man nun ganz doll lieb ist, einen Kurs gegen seine Aggression gemacht hat und man ja nur ausgerastet ist, weil Menschen einen auf eigen Grund und Boden mit allem bedroht hat, was das Arsenal so hergibt. Inklusive Panzer und Kampfhelikopter. Ernsthaft? Ich warte auf Geschichten wie die Harte einen Flugzeugträger, die Aurachien aufgefahren haben. Aber zurück zum Menschentüff. Wenn der Doktor deine Geschichte gefressen hat und das abgegebene Röhrchen ohne verdächtigen Inhalt war, bekommst du die Unterlagen in die Hand und kannst die, auf dem Weg nach Hause, in den Briefkasten der Führerscheinstelle werfen und bist alle sorgenlos. Er hat es aus zwei Gründen nicht gemacht. Erstens hat es Geld gekostet. Und zwei. Er sieht es nicht an sich dem Urteil andere Leute zu stellen. Kann der Narzisst nicht. Weil dann immer die Gefahr besteht, dass auf einem offiziellen Schreiben steht. Rainer ist nicht der beste und dollste Mensch der Welt. Sein Gerichtsgutachten ist ja auch nur entstanden, weil ihm die nicht vorhandene Unterhose braun vor Dünnsches wurde wegen des Urteils in erster Instanz. Ach und dann noch eine Frage. Warum hast du deinen Runner denn überhaupt verkauft? Du hättest denn doch von einem Bekannten auf einen Rentnercampingplatz fahren lassen und dort in Ruhe den Tag vertrödeln können. Nein, der wurde wegen nicht mehr verkehrsfähig rausgenommen, nachdem du selber deinen Außenspiegel rasiert hast. Vor die Wahl gestellt, ob reparieren oder verkaufen, hast du wieder das Geld gesehen und gedacht, je Weg mit der Möhre, ich nehme das Baare. Kann man sich wieder ein paar mehr Münzen in einem Dadelspiel kaufen? Und der hätte die MPU jederzeit machen können. Eine Meldeadresse brauchst du dazu, wo ein Briefkasten hängt. Gib doch eine Nachbarin, wo man das nur rein formal hätte machen können. Der hätte da keine Minute wohnen müssen, sondern nur seine Post sich bringen lassen. Wie gesagt, er hat es nicht gewollt. Abschließend lässt er noch blicken, wie er sich denn so seine Zukunft wünscht. Er will sein Leben wieder auf die Kette bekommen. Er wünscht sich endlich wieder eine Eigenunterkunft, den so schön wie das Leben in gemitteten Urlaubswohnungen oder Hotels ist. Man kann sich dort nicht benehmen wie Sau. Sonst fliegt man oder die Reinigungskaution wird einbehalten. Und er träumt jede Nacht davon wieder in einer Bude zu Hause, wo man die leeren Dosen und Verpackungen durchs Zimmer werfen kann, die Wände mit Kinderpostern bekleben und niemals nicht irgendwas machen muss, worauf man keinen Bock oder gerade Lust hat. Am liebsten den alten Altschauerbeck 8 zurück und da genauso weitermachen wie noch vor einem Jahr. In der Küche steht angebranntes Essen rum. Die Staubschicht im Flur und auf der Treppe ist Zentimeter dick. Aber man selbst kann auf dem Sofa thronen, die Mucke auf volle Lotte drehen und dann wieder gedaddelt oder dicke Busen geschaut. Und auch da wieder der irre Gedanke, wie das finanziert wird. Es soll einfach ein winklerisches Grundeinkommen geben, bezahlt von jedem der auch nur vom Drachenlord-Phänomen spricht. Machst du ein Video oder eine Dokumentation darüber wird dementsprechend ein größer Betrag fällig. Er will keine Millionen sondern nur das was dir zusteht. Was dir meiner Meinung nach zusteht steht im Buch Die schönsten Brücken von Nürnberg. Mir reicht es mit dieser ekelhaften Show aus Lügen und Selbstmitleid. Ein Stream nach Monaten und man ist sofort wieder gefestigt in seiner Meinung über ihn. Darum ist am Ende schon alles richtig so was passiert. Alles. Darum ist am Ende schon alles richtig so was passiert.